Heute kümmern wir uns mal um Bad Words in JavaScript. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es mal wieder um JavaScript. Es ist kein wirklich schweres Tutorial und richtet sich mehr Richtung Anfänger. Und zwar gucken wir uns einfach nur mal wieder ein richtig cooles NPM-Module an zum Filtern von, in Klammern, schlimmen Wörtern. Jeder von euch kennt wahrscheinlich das ein oder andere. Ich werde sie im Rahmen dieses Videos immer nur mit schlimmen oder bad words betiteln. Ja, weil ich glaube, ich kriege sonst Probleme mit den YouTube-Guidelines. Ansonsten, ja, legen wir damit direkt los. Falls ihr Probleme oder Fragen habt, wie immer, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr Discord. Da könnt ihr Community-Join Fragen stellen, Fragen beantworten, mit anderen eine Runde zocken oder euch einfach mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen YouTube-Video. Als erstes gucken wir uns mal an, was wir uns heute ansehen werden. Und zwar das, ja, Module Bad Words. Das ist nicht sonderlich schwer, ist ein sehr kleines Modul und funktioniert auch ziemlich simpel, ist nicht sonderlich lang. Alle Befehle findet ihr hier drunter. Das ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir gucken uns heute nur an, was dieses Module eigentlich so alles kann. Und dafür müssen wir das wie immer erstmal installieren. Dafür geben wir das hier ein, was heißt npm install bad-words, minus, minus und save. Wenn wir das gemacht haben, können wir das in unserem, ja, in unserem Editor nutzen. In unserem Fall in Visual Studio Code. Und hier sage ich jetzt einfach import und dann sage ich filter from und hier sage ich bad minus words. Was heißt, wir haben jetzt unser Module als Filter importiert. Was heißt, wir können jetzt mit einer neuen Variable bad words, sage ich jetzt einfach mal, so heißt unser neuer Filter, new filter, aufrufen. Was heißt, wir holen oder wir starten uns jetzt so einen neuen Filter und damit sind wir auch schon fertig und haben jetzt soweit alles eingerichtet. Was heißt, wenn ich jetzt hier console.log eingebe, kann ich sagen bad words. Punkt und sage hier clean und kann jetzt hier zum Beispiel einen Text hinzufügen. Wir haben noch keinen Text definiert, das mache ich mal eben. Was heißt, wir sagen neue Variable mit Text und sage ich esse einen Apfel. So. Und wie ihr seht, wird das hier unten gefiltert und kommt genauso wieder raus, wie es hier oben drin steht, weil in unserem Filter noch nicht wirklich etwas hinterlegt ist. Wenn wir unser Filterobjekt uns einfach mal ansehen, also wieder eine console.log von unserem bad words Objekt, seht ihr hier schon, da sind jede Menge nette Wörter. Was heißt, eine ganze Menge Schimpfwörter und Beleidigungen und sowas sind hinterlegt, sind für uns jetzt aber erstmal nicht so wichtig, sondern wir wollen jetzt zum Beispiel sagen, hey, wir haben noch ganz eigene Wörter, die wir blacklisten wollen, die sollen gefiltert werden. In unserem Fall sage ich jetzt einfach mal bad words.add words und sage hier, ich möchte gerne Apfel filtern. In dem Moment seht ihr hier unten schon, ich esse einen und dann Punkt, Punkt, Punkt. Was heißt, unser Text wurde gefiltert, aber das Entscheidende ist, wenn ich jetzt hier mit console.log weiterarbeite und unseren Text ausgebe, wird unser Text nicht verändert. Was heißt, unser String, ich esse einen Apfel, ist weiterhin immer noch unser String. Er wird nur in diesem console.log quasi durch diese Funktion returned und das Wort wird durch Sternchen, Sternchen, Sternchen ersetzt. Man kann das natürlich nur anpassen, also das Framework, beziehungsweise die Library bietet einem die Möglichkeit, einfach zu sagen, woops, play solder und hier können wir zum Beispiel sagen x und in dem Moment wird unser Schimpfwort oder unser Wort durch x ausgetauscht und das ist auch egal, ob hier 1 oder 20 drin sind. Was heißt, wenn wir das hier kopieren ein paar Mal, funktioniert das auch wunderbar und das funktioniert auch mit multiplen Sprachen und so weiter. Was heißt, das ist schon sehr weit gefächert und ihr könnt damit wirklich eine ganze Menge rausfiltern. Persönlich würde ich hier aber immer diese Sternchen drin lassen, weil es einfach ein bisschen gelernter Faktor ist, dass diese Sternchen halt ein gefiltertes Wort bedeutet. Aber natürlich können wir hier nicht nur Wörter hinzulassen, sondern zum Beispiel hier haben wir jetzt gesagt, okay, unser Apfel soll jetzt gefiltert werden, aber mal ganz ehrlich, Apfel ist kein schlimmes Wort, also können wir das hier unten ja auch wieder zulassen und das können wir einfach machen, indem wir sagen bad words Punkt und dann können wir sagen remove words und können hier unseren Apfel wieder hinzufügen. Zack und in dem Moment ist das hier unten quasi wieder hinzugefügt. Das heißt, ihr könnt auch Wörter quasi wieder whitelisten, neben denen, die ihr rausgeschmissen habt. Aber wenn wir jetzt so eine Liste haben, ist das natürlich, wir können ja von Anfang an beispielsweise auch schon ein festes Set aus einem JSON oder sowas haben oder aus einer Datenbank, wo wir einfach gefilterte Wörter von unseren Admins hinterlegen lassen. Die können wir direkt zu Beginn, wenn wir unser komplettes Filterobjekt initialisieren, unsere Filterklasse initialisieren, können wir auch hingehen und sagen, okay, wir wollen hier eine gesamte List hinzufügen. Was heißt, wir können zum Beispiel hier einfach sagen, okay, wir haben hier zum Beispiel Apfel schon drin stehen, aber genauso wie Kirsche und können jetzt hier, müssen das gar nicht mehr hinzufügen, weil es ist jetzt schon hier oben direkt mit initialisiert. Und wir können jetzt hier einen Apfel oder eine Kirsche, was heißt, ihr filtert auch beide raus, alles, was hier oben drin steht. Was heißt, ihr könnt zu Beginn direkt das Ganze eliminieren und braucht das hier nicht so richtig. Also persönlich muss ich sagen, wenn ihr beispielsweise Kommentarfelder oder so etwas filtern wollt oder ein Chat-Output, würde ich schlicht und ergreifend das direkt zu Beginn des Ladens einmal initialisieren, weil on the fly wird sich da relativ wenig verändern. Das heißt, Clean beziehungsweise Add Words und Remove Words und so weiter denke ich nicht, dass man die so häufig braucht. Aber mit dieser Funktion kann man halt wirklich schon mal sehr, sehr, sehr simpel und sehr schnell alle möglichen Wörter rausfiltern und einen etwas freundlicheren Chat erzeugen. Und wie gesagt, das Ganze ist nicht sonderlich schwer. Wenn wir selbst mal nachbauen möchten oder wenn ihr das mal nachbauen möchtet, wie man zum Beispiel so Text manipuliert, was wie gesagt nicht sonderlich schwer ist, können wir das gerne machen. Dann ansonsten habe ich jetzt einfach mal dieses Modul vorgestellt, weil es sich einige von euch auf Discord gewünscht haben. So, das war's wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr auch Links zu verschiedenen Social-Netzwerken, wo ihr Hallo sagen könnt. Ansonsten auch Amazon-Affiliate-Links oder andere Links, wo ihr einfach mal vorbeischauen könnt, um diesen Shell etwas zu supporten. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.